Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von meinem Minecraft Let's Play. Und ich denke, das ist um uns die letzte Folge, die ich in dieser Aufnahmesession aufnehme. Also das nächste Mal, wenn ihr mich hört, werde ich wahrscheinlich in der nächsten Session aufnehmen und so. Oder so. Ja. So, ich kraft noch ein paar Brote. Und ich absolutes Juni, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, haha, ich kann ja einfach mal googeln und euch dann gleich sagen, welcher von den Piloter-Typen dieser Totems of Undying droppt. Aber ich bin, wie gesagt, ein absolutes Juni und habe immer vergessen, dass ich aktuell kein Internet habe, weil die Telekom toll ist. Und demnach kann ich es gerade nicht googeln, aber ich werde es dann später mal googeln oder so. Oder ich werde es einfach komplett vergessen. Das klingt eher nach mir. Das wäre so typisch. Und werde es dann gar nicht googeln. So. Wir werden jetzt erstmal das machen, was ich letzte Folge gesagt habe. Nämlich, dass wir noch ein bisschen Weizen kriegen und dann noch ein paar Kühe machen. Und dann werden wir versuchen, noch ein bisschen Kuhfleisch zu grillen später. Wobei, später heißt es wahrscheinlich erst in ein paar Folgen, weil die Kühe müssen erstmal auswachsen und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt runterlassen werde, zum Abschlachten, sondern eventuell werde ich einfach hingehen. Höchstwahrscheinlich sogar werde ich einfach hingehen und werde gucken, dass ich da oben noch ein paar Elterntierkühe für später produziere und so. So, äh, Weizen. Ich kann nur zwei produzieren, weil wir aktuell nicht so viel Weizen haben. Also eh nicht so viel. Eins. Na, zwei. So. Vielleicht sind die aber trotzdem schon runtergefallen. Manchmal fahren sie ja trotzdem runter. Hab ich ja doch eh schon mal angesprochen. Aber diesmal nicht. Okay. Fahre. Demnach bleiben uns noch 22... Bleiben uns noch 22 Einheiten Brot und 24 Karotten, Mürren, whatever. Was auch ganz okay ist. Und ich würde sagen, da wir noch Eisenspitzhacken haben, werden wir dies einfach erstmal im Minenschacht noch aufbrauchen und versuchen noch ein paar Diamanten im Minenschacht noch zu finden. Weil das nicht so risikoreich ist, wie in eine Höhle zu gehen. Und, äh, aktuell sind wir eh nicht so essenstechnisch nicht so gut eingedeckt, sag ich mal. Weil unsere Kuhfarben ist ja noch nicht so krass am Laufen. Deswegen gehe ich jetzt einfach erstmal runter in den Minenschacht und dann werden wir den Minenschacht ein bisschen abbauen. Und hoffentlich ein paar Diamanten finden. Ich hab nicht so viele Fackeln dabei, aber ich hab Holz zu erkennen. Ich hätte das Erfahrungsfläschchen vielleicht wegpacken sollen, aber ich meine es eh nicht so risikoreich ist, also es sollte nicht so dramatisch sein. Okay, ich hoffe mal der Zombie, den ich gerade gehört habe, kommt uns nicht hinterher aus der Innenhöhle da. So, wo fangen wir denn jetzt den nächsten Gang an? Ich pack das Erfahrungsfläschchen einfach da rein erstmal. Ich würde was sagen, wir machen, dann überlegen. Wir machen einfach mal hier weiter. und buddeln einfach mal hier rein. So. Und mit ein bisschen Glück finden wir noch ein paar Diamanten und hoffentlich nicht noch mehr Emeralds, weil ich meine, es stört mich nicht, Emeralds zu finden, aber ich würde halt lieber Diamanten finden. So, wir brauchen, wieviel Diamanten braucht man nochmal für den Enchanting Table? Also, wir brauchen noch mindestens zwei Diamanten und danach haben wir theoretisch gesehen erstmal genug. Theoretisch gesehen aber nur, weil dann könnten wir halt nur Eisengier enchanten und Eisengier ist halt nicht so nice. Idealerweise würde ich halt am liebsten jetzt mir eine Diamantspitzhacke machen, die halt mit irgendwie Fortune und keine Ahnung, alle möglichen nice und stuff enchanten. Ja, mal gucken. Versuchen wir erstmal ein paar Diamanten zu finden, würde ich fast sagen. Und dann gucken wir genau, was wir genau machen. Aber Enchantments sind halt, also Verzauberungen, werden halt echt useful und echt nice. Vor allem halt auf Rüstung. Einfach nur damit wir nicht komplett oder ich meine Freundin sagt immer so meine Freundin bemängelt immer gerne, dass ich wir sage, obwohl ich ja spiele und die Zuschauer ja nichts machen können, aber ich meine, so ihr guckt das Let's Play, damit seid ihr irgendwie mit im Boot. Finde ich persönlich irgendwie immer, so denke ich mir das immer. Deswegen sage ich immer so gerne wir. Keine Ahnung, so ein Angewohnen bei mir, I guess. Auf jeden Fall wären Rüstungs-Echantments halt echt nützlich, einfach nur, um mehr tanken zu können, um mehr zu überleben und ich habe leider keine Kohle, deswegen kann ich hier keine Fackeln machen. Bitte etwas Kohle? Fragezeichen. Ich könnte zur Not einfach, ich glaube, das mache ich auch eben. Ich könnte zur Not einfach irgendwie hier mal gucken, ich glaube, ich habe keine Kohle da gelassen, aber in der Höhle ist, glaube ich, eventuell am Eingang ein Stück Kohle oder so. Ein bisschen, dann holen wir uns da ein bisschen Kohle. Da sind die Höhle hier oben. Dann muss ich nicht ganz bis zum Eingang. Und dann machen wir das einfach so. Höhlen Sound, okay. Da ist nichts, oder? Ne, da ist schon mal nichts. Hier am Eingang war, wenn schon irgendwo Kohle. Ja, da oben direkt. Und da ist noch dritt schon ein Zombie. Hallo. Scheint, da oben hat es gehört. Ich nehme einfach schnell ein bisschen Kohle mit und dann bin ich wieder raus. Ne, dann nochmal rein, raus. Und das ist wieder komplett falsch zu verstehen, aber das ist mir egal. So, Kohle, acht Stück. Sollte erstmal reichen. Ich glaube, wie viel ist das? Acht mal vier? Ja. Ja, doch. Das sollte ausreichen, um in der Zeit noch mehr Kohle zu finden. Und aus Neuverkraft zu können einfach. Und Holz habe ich, glaube ich, eh dabei gehabt. Also ist alles gut. So. Und ich sollte außerdem wahrscheinlich gucken, dass ich den obersten Stein hier auf der Treppe einfach weg mache, weil dann stößt man im Kopf nicht immer dagegen und kann schneller rauf... Ich glaube, ob man schneller rauf kann, weiß ich gar nicht. Aber man kann irgendwie schneller runtergehen, glaube ich. Was in dem Fall gut wäre. So, 32 Fakten, ja, das reicht dicke. Ich hoffe mal, dass es hier nicht einfach direkt irgendwas gespawnt ist. Geht immer nicht so aus. Oh, da ist noch Redstone. So. Redstone. Ach, das ist gar kein Cobblestone. Okay. Umso besser, dann werde ich... werde ich diesen... Ah, Wasser. Okay. Dann werde ich diesen Andesitmüll direkt los. Das ist auch so ein Ding. Ich finde es nice, dass Minecraft andere Gesteinsarten geeditet hat irgendwann. halt Andesit, Diorid, was auch immer. Ich finde es nice, weil es halt Variation ist. Es ist halt mal was anderes, sage ich mal. Aber es ist halt insofern nervig, dass wenn du hier... Es ist ja vielleicht nice, wenn es einfach auf Diamantlayer oder so nicht mehr generiert werden würde, I guess. Oder hier so auf den ganz untersten Leeren. Weil es ist halt echt nervig. So, du hast irgendwann... Schon richtig krasse Spitzhacken und sowas. Und dann Inventar füllt sich eh schon richtig schnell mit Cobblestone. Und dann kommt halt so hier so, keine Ahnung, Granit, Diorid, Andesit, was auch immer. Es gibt ja irgendwie drei oder vier verschiedene Materialien. Ich glaube, das sind die drei. Und dann gibt es noch was Viertes, aber das weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, das sind alle drei. Aber dann kommt irgendwie sowas und dann plötzlich fängst du in deinem Inventar... Einfach anstatt den aktuellen Cobblestone-Stack, der halt eh schon dein Inventar komplett blockiert, anstatt den voll zu machen, fängst du halt einen neuen Stack... Oh mein Gott, stimmt, hier war Lava. Ich habe mir jetzt eh vorhin schon gesagt, war hier Lava, aber anscheinend war hier Lava, ja. Wie mache ich das jetzt? So, ich weiß nicht, ob hier noch was da dahinter ist. Nee, okay. Dann fängst du halt direkt den... Ah, hier war, glaube ich, Fett-Lava, deswegen habe ich nicht weitergemacht. Okay, wir machen einfach mal anders weiter. Dann fängst du halt direkt den nächsten Stack an, blockierst noch einen Slot in dein Inventar und dann einfach noch einen Slot und ja. Ich finde es echt nervig. Keine Ahnung. Ich lasse das einfach mal immer zwei frei. Wahrscheinlich ist das unsymmetrisch, aber das ist mir so in der Mine jetzt auch nicht so wichtig. Keine Ahnung, früher oder später werde ich wahrscheinlich einfach hier eh alles komplett ausheben in so einen Riesenraum hier unten bauen. Vielleicht einfach dann... Ich will gerade überlegen, wofür man das gebrauchen könnte. Vielleicht um hier Mobs zu spawnen oder so. Aber das wäre halt auch ein wenig falsch, weil es so nah am Bedrock ist. Wobei man daraus auch so einen Spawner-Fallen-Ding-Raum bauen könnte. theoretisch gesehen. War aus dem Riesen. Aber da gibt es halt effizientere Sachen, die man bauen kann. Also nee. Keine Ahnung. Vielleicht einfach so eine riesenfette Minen-Bar ist hier unten später. Mal gucken. Die wird dann aber trotzdem wahrscheinlich nicht allzu schön aussehen. Aber naja. Nicht schön, aber selten. Das sagt meine Mama immer. Oder es sagt mein Vater es immer. Ich glaube, das sagen meine Eltern beide immer wieder. Das sagen die, das hat mir gefühlt eh jeder, oder? Ich finde es schön, wie ich mich da drin gekommnet verwurscht habe. Aber richtig classic, so. Typisch. So baube, so bin ich halt. Ja. Da machst du nichts. Das ist eine Höhle. Was ist das hier? Hä, war hier so ein fetter Kohlen-whatever? So ein fetter Kohlen-Vorkommen? Rissen-Vorkommen? Krass. Da gerade einfach eiskalt ist, das wäre so eine Mini-Höhle hier oder so. Ich kann mich übrigens noch richtig gut daran erinnern, damals, als ich das Let's Play Together mit, äh, Doriax, Danny, whatever. Wir haben uns auch immer noch YouTube gemacht, aber ich glaube, da lädt nur noch FIFA hoch. FIFA-Videos. FIFA 18, 17, 19. Wahrscheinlich FIFA 19 ist, glaube ich, der aktuelle Teil, denke ich fast mal. Auf jeden Fall damals, als ich mit dem das Let's Play Together noch gemacht habe. Darauf komme ich gerade eben wieder. Das wäre mir gerade wieder eingefallen. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern. Zwischendurch waren da einfach die Blöcke in der Erde. Mitten im Nirgendwo. Äh, der hat einfach eiskalt, ähm, der war einfach nichts. Da waren so Löcher mitten im Boden. Irgendwie, der war einfach kein Stein, kein, kein Erz, kein gar nichts. Der war einfach, einfach so ein Loch. Richtig komisch. Ich weiß bis heute nicht, woran das lag. Das waren entweder Generatorfehlern oder die Welt war buggy oder I don't know, aber es war echt komisch. Das habe ich seitdem auch nie wieder gehabt. Und jetzt müssen wir kurz daran, dass das Eisen hier grillt, weil ich glaube, das ist schneller, als wenn ich jetzt an die Oberfläche renne. Wenn ich mir einen neuen Eisenspielzeug craften kann. Ich kann mir auch einfach direkt einen Diamantspielzeug craften, wir haben eh drei Diamanten, aber Actually, ich glaube, das wäre sogar wasteful. Wenn ich mich recht erinnere, ich habe das mal überschlagen. Ich glaube, wenn du eine Diamantspielsacke ohne Enchantments benutzt, vor allem ohne Anbreaking Enchantment, wenn du die nutzt, um Diamanten zu suchen, rein statistisch gesehen, ähm, musst du mehr Blöcke abbauen. Ähm, also du baust irgendwie, keine Ahnung, 1000 irgendwas Blöcke ab und findest, in diesen 1000 Blöcken statistisch dann irgendwie drei Diamanten, die du halt für eine neue Spitzhacke brauchst. Aber die Spitzhacke hat nur 1000, so und so viele Blöcke, ich glaube 1600 irgendwas Blöcke, ähm, Durability. Also die hält nur 1600 Blöcke. Aber du müsstest irgendwie 1800 Blöcke abbauen. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich nicht, glaube ich. Hä? Sehr verwirrt, Moment, was? Ist das der Tunnel, den ich gerade angefangen habe? Irgendwo hier war doch noch Eisen und Lokot oder so. Ja, da. War das die Eisen? Habe ich nicht gerade... Moment, ich bin sehr verwirrt. Hä? Habe ich einfach weitergebunden? Achso, aus... Ne. Oder doch? Komplette Verwirrung gerade? Ja, doch, okay. Das ist der Gang. Wieso habe ich den weitergebunden im ersten Stück? Das ist auch irgendwie gerade wieder... Das verwirrt mich gerade. Anscheinend habe ich irgendwie erst das hier zu Ende geboten und habe dann die Ressourcen ab... Ja, okay. Keine Ahnung, das mache ich irgendwie auch... Meistens brauche ich direkt die Steine. Die Steine, ja. Ne, das ist alles Eisen und die Kohle oder whatever ab. Okay. Ich verwirre mich selber. Ja, auf jeden Fall in dem Let's Play Together, was wir da damals aufgenommen hatten, da haben wir halt auch einfach so hier so Tunnelschächte gebuddelt, so Minenschächte. Und ich habe dann halt hier so abgebaut und plötzlich war mitten vor mir einfach so ein Block Luft. Einfach so zack und da war dann... Hier, das war kein Stein, sondern es war einfach Luft und ich weiß bis heute nicht, wie das passiert ist. Ich bin mir bis heute überhaupt nicht sicher, wie das passiert ist. Das habe ich gerade zweimal gesagt. Eigentlich würde ich einen anderen Satz sagen, aber mein Kopf meinte so, ja, den sagst du jetzt nochmal. Ne, aber ich bin mir halt insofern nicht sicher, wie es passieren konnte, weil ich mir relativ sicher bin, dass der Weltengenerator das nicht kann. Also der Weltengenerator kann nur Steine, andere Steinarten, Dirt, Gravel, whatever, generieren oder halt Erze. Aber er kann keine Luftlöcher generieren. Oder vielleicht war es einfach irgendwie so eine fehlplatzierte Höhle. Oh, das kann sogar sein. Ich glaube, ich habe mir gerade selber die Frage beantwortet, wie es passieren konnte. Ähm, das Ding ist halt, wir haben das als Split together relativ lange gespielt und über mehrere Versionen. Es kann sein, dass wir den einen Chunk damals irgendwann mal generiert haben in Version XY und dann später in einer späteren Version, also Version XY plus 1, sag ich mal, also in der Version danach, wurde dann der Weltengenerator geändert und das Höhlengenerierverhalten hat sich vielleicht verändert. Es kann sein, dass ursprünglich eine Höhle generiert werden sollte und dann aber keine mehr generiert wurde und irgendwie ein einzelner Luftblock generiert wurde von der Höhle in dem einen Chunk und im nächsten Chunk wurde dann vom neuen Generator generiert und dann wurde da keine Höhle mehr generiert. Ah, das macht Sinn. Das könnte sogar sein, krass. Aber jetzt habe ich ein langjähriges Mysterium in meinem Kopf gerade gelöst. Ich bin sehr glücklich da, oder? Wahrscheinlich hat keiner von euch gerade verstanden, was ich gerade gesagt habe, aber es hat für mich Sinn gemacht, was das Wichtigste. Und da ist Lava. Oh nein, bitte nicht. Goddammit. Oh, ja, das war auch wieder sehr smart. Ich habe gerade fast die Lava hier auf meinen Kopf regnen lassen. Hätte ich den Block daneben abgebaut. Ich hätte darüber überhaupt nicht nachgedacht, weil ich den Kopf einfach ausgeschaltet habe und AFK-Modus einfach mal... Hallo, Lava. Äh, weitergemacht habe. Ich glaube, da können wir aber einfach rüberbridgen, ja? Einfach so eine Brücke rüber und dann geht das? Fragezeichen. Vielleicht. Welchen Block habe ich hochgegangen? Nein, okay. Also sind wir jetzt back on track? Fragezeichen. Boah, diese Höhlen-Sounds sind so trippy. So, der Höhlen-Sounds gerade eben, den finde ich einfach... Das ist einer von diesen Sounds, wenn ich mir so denke. Wer denkt sich sowas aus? Sowas einzufügen. Ah! Why, game? Why are you like this? Okay. Der Gang ist tot, I guess. Da kommen wir nicht weiter. Ja, aber das war gerade einer von diesen extrem trippy Höhlen-Sounds auch wieder. Keine Ahnung, was man sich gedacht hat, als man die eingefügt hat. Und wir können wieder zurückgehen, weil der Gang ist tot und wir haben irgendwie ein bisschen Redstone, ein bisschen Cola und nichts gefunden. Hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, diese Folge. Bis jetzt wird gar nichts gefunden hier in den Gang. Boah, so ein Mist, ey. Ich würde fast sagen, anstatt dass wir jetzt den nächsten Gang... Weil wir haben aktuell... Dann habe ich hier keine Möglichkeit, hier einen, ich sag mal, effizienten Gang anzufangen. Weil das Ding ist, wenn ich den hier anfange oder den hier als Gang anfange, dann habe ich eine von den beiden Seitenwänden schon gesehen. Weil ich das irgendwie nicht so gut geplant habe mit den Gängen, deswegen werde ich einfach die Grundfläche noch ein bisschen vergrößern. Dann dürfte ich, wenn ich mich gar nicht komplett vertue, dürfte sich das doch so ausgehen. Dass ich hier... Ja, dass ich dann hier neue Gangmöglichkeiten herausgegeben habe. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Neue Möglichkeiten für Gänge, ja. Hier können wir zum Beispiel bald einen anfangen. In den Ecken dann. Und dann machen wir da einfach den nächsten Gang. Stimmt, in die Richtung könnte ich Gänge anfangen, dann habe ich gerade gar nicht gedacht. In die Richtung könnte ich auch einfach Gänge... Neue Gänge anfangen. Da habe ich noch gar keine gemacht. Locker ist es einfach irgendwie unsymmetrische Schuldigkeit auf einer Seite zweimal abgebaut, aber auf der hier wahrscheinlich. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ne, ist das symmetrisch. Sehr gut. So, dann haben wir das soweit und ich würde fast sagen, da habe ich schon wieder bei 16,5 Minuten Sinn in dieser Folge. Leider habe ich in dieser Folge, in dieser Minenschacht-Folge, nicht sehr viel im Minenschacht actually gefunden, außer jede Menge Cobblestone. Aber so ist es halt manchmal. Dann würde ich mir sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Willkommen zum Ende dieses Videos. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr es gerne liken und mich abonnieren, indem ihr auf mein Kanal-Icon klickt. Unten links gelangt ihr zu meinem neuesten Video und unten rechts geht es weiter mit der nächsten Let's Play-Folge. Viel Spaß und hoffentlich bis zum nächsten Mal.